Wir wissen nun, dass gleichartige Objekte zu Klassen zusammengefasst werden. In diesem Video zeigen wir, wie Klassen und deren Attribute und Operationen im Klassendiagramm dargestellt werden. Schauen wir uns zunächst die Notation für Klassen an. Klassen werden grundsätzlich als Rechteck dargestellt. Und dieses Rechteck besteht aus mehreren Abschnitten. In vielen Fällen sind es drei Abschnitte. Nämlich im ersten Abschnitt steht immer der Klassenname. In unserem Beispiel haben wir hier eine Klasse Course. Zusätzlich wird im ersten Abschnitt noch annotiert, was sich auf die ganze Klasse bezieht. Später in unserem Kurs werden wir hier noch abstrakte Klassen kennenlernen und abstrakt steht dann ebenfalls im ersten Abschnitt. Im zweiten Abschnitt sehen wir die gemeinsamen Merkmale, die durch die Attribute definiert sind. Wir haben hier beispielhaft drei Attribute ausgeführt, nämlich den Namen, das Semester und die Wochenstundenanzahl. Im dritten Abschnitt befinden sich die Operationen. Wir haben hier wieder beispielhaft drei Operationen angeführt, nämlich zum Auslesen der Stundenanzahl, zum Auslesen der Lehrveranstaltungsleiterin, die diese Lehrveranstaltung hält und zum Auslesen des Notendurchschnitts, den die Studierenden bei diesem Kurs erzielt haben. Drei Abschnitte sind durchaus üblich, aber es könnten auch mehr sein. Die Anzahl ist nicht nach oben hin beschränkt, das heißt es könnte vier oder fünf Abschnitte geben. Ein Abschnitt könnte beispielsweise sogenannte Einschränkungen, Constraints enthalten. Ich könnte festlegen, wenn der Name eines Kurses mit dem Tile String Advanced startet, muss die Stundenanzahl mindestens drei Stunden sein. Das wäre eine Einschränkung auf Objekte dieser Klasse, das könnte man formulieren natürlichsprachlich, oder es gibt bei der UML als Companion Standard die Object Constraint Language, OCL, mit Hilfe derer ich solche Constraints definieren kann. Egal wie ich es mache, es wäre sinnvoll, diese vielleicht im vierten Abschnitt anzugeben. Aber das nur als Beispiel, dass es mehrere Abschnitte geben könnte. Widmen wir uns dem zweiten Abschnitt. In diesem werden die Attribute angegeben. Aber was gebe ich eigentlich bei den Attributen an? Dies sehen wir anhand dieses Syntaxdiagramms. Dabei ist eigentlich nur der Name jenes Element, das ich unbedingt angeben sollte. Alles andere ist optional. Die Spezifikation erfolgt in der folgenden Reihenfolge. Zuerst gebe ich eine Sichtbarkeit an, danach ob es sich um ein berechnetes Attribut handelt, den Namen, den ich jedenfalls angeben sollte, nach einem Doppelpunkt den Typ des Attributs und dann habe ich auch noch die Möglichkeit die Multiplizität anzugeben, die Foldwerte für das Attribut und eine Reihe von Eigenschaften. In der weiteren Folge wollen wir uns die einzelnen Spezifikationen näher ansehen. Somit kommen wir zur Sichtbarkeit. Die Sichtbarkeit wird immer als erstes bei den Attributen angegeben. Folgende Möglichkeiten stehen uns hier zur Verfügung. Ein Plus steht für Public oder öffentlich sichtbar. Ein Minus steht für Private, also nur Objekte der entsprechenden Klasse können darauf zugreifen. Wir haben dann auch noch Protected, das bedeutet Objekte der Klasse beziehungsweise der Subklassen. Und das Letzte, was im Beispiel hier nicht vorkommt, ist die Tilde. Die Tilde steht für Package-Sichtbarkeit, das heißt alle Objekte eines Pakets. Als nächstes sehen wir uns abgeleitete Attribute an. Abgeleitete Attribute werden durch einen Slash oder Schrägstrich gekennzeichnet. Dieser wird nach der Sichtbarkeit aber noch vor dem Namen angegeben. Am besten sieht man das am Beispiel. Hier haben wir das Attribut Age für das Alter, das berechnet ist. Berechnen kann ich dieses Attribut, weil ich ja auch das Geburtsdatum kenne. Und wenn ich die Differenz zwischen jetzt und dem Geburtsdatum berechne, komme ich zum Alter. Daher handelt es sich hier um ein berechnetes oder abgeleitetes Attribut. Jedes Attribut sollte natürlich einen Namen haben. Der Name kann grundsätzlich hier frei gewählt werden, sollte aber innerhalb einer Klasse eindeutig sein. Nach dem Namen des Attributs gibt man üblicherweise getrennt durch einen Doppelpunkt den Typ des Attributs an. Zum Beispiel sehen wir hier für den Vornamen hätten wir den Typ String. Der Typ legt fest, welche Werte für dieses Attribut erlaubt sind. Somit spezifiziert der Typ den Wertebereich. Bei String wären das alle möglichen Zeichenketten. Unser Alter hätte den Wertebereich eines Integer, somit wären hier Ganzzahlen bis zur Größe von 2 hoch 32 möglich. Grundsätzlich kann man als Typ angeben eine andere Klasse. Das sollte man aber nicht machen, wie wir später sehen werden. Man sollte bei den Attributen nur Typen angeben, die selbst ein Datentyp sind. Hier gibt es, wie wir auch später sehen werden, von UML vordefinierte primitive Datentypen. Man könnte sie aber auch selbst definieren. Das heißt, user-definierte Datentypen haben zusammengesetzte Datentypen und Aufzählungstypen, Enumerations. Aber all diese Datentypen sehen wir uns in einer eigenen Einheit an. Zusätzlich könnte ich nach dem Typ auch noch eine Multiplizität angeben. Eine Multiplizität benötige ich insbesondere dann, wenn ich für ein Attribut nicht nur einen Wert, sondern mehrere Werte angeben möchte. Defaultmäßig ist die Multiplizität natürlich 1. Das heißt, am Beispiel hier für den Vornamen kann ich genau eine Zeichenkette angeben. Wenn ich aber für die Adresse mehrere Zeichenketten angeben möchte, so muss ich hier eine erhöhte Multiplizität setzen. Die Multiplizität gibt man innerhalb von eckigen Klammern an, indem man das Minimum und das Maximum an erlaubten Werten angibt und dazwischen als Bereichsoperator zwei Punkte setzt. Man könnte auch die Obergrenze offen halten. Das macht man durch die Angabe eines Sterns. Auch ist es möglich, für Attribute einen Defaultwert zu setzen. Diesen Defaultwert gibt man nach einem Ist-Gleichzeichen an. Sehen wir uns das am Beispiel an. Ich habe hier das Passwort, das ist eine Zeichenkette und wenn das Passwort nicht explizit gesetzt wird, so soll es implizit auf pw123 gesetzt werden. Zu guter Letzt könnte ich bei Attributen auch noch Eigenschaften angeben. Diese Eigenschaften gebe ich innerhalb von geschwungenen Klammern an. Möchte ich mehrere Eigenschaften angeben, so werden diese durch Beistriche voneinander getrennt. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Ich habe als Attribut die Sozialversicherungsnummer. Diese ist eine Zeichenkette, aber diese Zeichenkette sollte nur Read-Only sein. Dafür stellt mir UML bereits die vordefinierte Eigenschaft Read-Only zur Verfügung, die ich in geschwungenen Klammern angebe. Weitere vordefinierte Eigenschaften von UML sind Beispiel Unique und Ordered. Ich könnte bei einer Adresse, wo ich mehrere Werte für den String erwarte, angeben, ob ein Wert nur einmal drinnen vorkommen kann, Unique oder mehrmals, Non-Unique, und ob die Reihenfolge der Werte eine Bedeutung hat, also ob das ordered ist oder unordered. Dadurch erreiche ich auch verschiedene Kombinationen für Menge, Multimenge, geordnete Menge und Liste. Wir kommen zum dritten Abschnitt. Im dritten Abschnitt werden die Operationen angegeben. Die Syntax für diese Angabe sehen wir wieder in diesem Syntax-Diagramm. Zuerst geben wir die Sichtbarkeit an, dann den Namen der Operation, innerhalb von runden Klammern die Parameter, nach einem Doppelpunkt den Rückgabewert und zu guter Letzt können wir wieder Eigenschaften für die Operation definieren. Die Angabe der Sichtbarkeit kennen wir ja bereits von den Attributen und müssen wir hier nicht wiederholen. Die Angabe des Namens der Operation sei trivial. Wichtig ist dann die Angabe der Parameter, die innerhalb der runden Klammern angegeben werden. Sind es mehrere Parameter, so werden diese durch einen Beistrich voneinander getrennt. Wie man jeden einzelnen Parameter dann angibt, ist wiederum in diesem Syntax-Diagramm hier unten festgelegt. Ich kann angeben, durch das Schlüsselwort IN, dass es sich um einen Eingabe-Parameter handelt. Als Schlüsselwort OUT kennzeichnet einen Ausgabe-Parameter und IN OUT steht für kombinierter Ein-Ausgabe-Parameter. Wichtig ist natürlich der Name des Parameters. Dann gefolgt von einem Doppelpunkt gebe ich den Typ des Parameters an. Ich kann für jeden Parameter auch eine Multiplizität angeben und eventuell einen Default-Wert. Für jeden Parameter ist es auch wiederum möglich, Eigenschaften anzugeben. Nach den Parametern kann ich getrennt durch einen Doppelpunkt den Rückgabewert einer Operation angeben. Sehen wir uns das am Beispiel an. Die Operation UPDATE LAST NAME gibt einen Boolean zurück. Die Operation GET PERSON NUMBER eine Integer. GET NAME hat keinen Rückgabewert. Das kann ich explizit durch VOID angeben. Ich könnte aber grundsätzlich, wie man es im Syntax-Diagramm sieht, auf die Angabe eines Typs verzichten. Das heißt dann auch, eine Operation hat keinen Rückgabewert. Zu guter Letzt könnte ich bei Operationen auch wieder Eigenschaften angeben. Diese gebe ich nach dem Typ innerhalb von geschwungenen Klammern an. Wir kommen zu den Klassenvariablen und Klassenoperationen. Normalerweise gibt es für ein Attribut für die verschiedenen Objekte einer Klasse auch unterschiedliche Werte. Das wären Instanzattribute oder Instanzvariablen. Es könnte aber auch Attribute geben, die werden nur einmal pro Klasse angelegt, weil alle Objekte dieser Klasse haben denselben Wert für dieses Attribut. In unserem Fall hier PNUMBER. Das wäre ein Zähler für die Anzahl der Objekte von Person. Und damit benötige ich nur einen Wert für die Klasse Person und nicht einen Wert für jedes Objekt. Solche Klassenvariablen oder Klassenattribute unterstreiche ich als Syntax. Ähnlich gibt es Klassenoperationen, also statische Operationen. Die können auch verwendet werden, wenn es noch gar keine Instanz dieser Klasse gibt. Das verwendet man beispielsweise bei Konstruktoren. Oder man könnte auch mathematische Funktionen und so angeben. In unserem Fall hätten wir hier eine Klassenoperation, um auf diese Anzahl der Objekte der Klasse Person zuzugreifen, nämlich GETPNUMBER. Und das wäre eine Klassenoperation, die ich wieder durch unterstreichen kennzeichne. Wenn ich das in den Java-Code ableite, habe ich für diese Attribute bzw. Operationen das Schlüsselwort static angegeben. Wenn nun ein unterstrichenes Attribut bedeutet, dass es sich um ein Klassenattribut handelt, fragen Sie sich vielleicht, na wie stelle ich denn dann Schlüsselattribute in der UML dar? Die Antwort ist relativ simpel. Gar nicht, weil in der objektorientierten Modellierung brauche ich keine Schlüsselattribute. Was heißt das? Bei der Entity-Relationship-Modellierung unterstellt man einmal, dass zwei Datensätze, also zwei Doppel, sich hinsichtlich ihrer Attribute unterscheiden müssen. Das bedeutet, es gibt keine zwei Datensätze, die genau die gleichen Werte für die Attribute haben. In der objektorientierten Modellierung ist dies jedoch möglich. Das heißt, es kann zwei wohlunterschiedene Objekte geben, die genau die gleichen Werte für ihre Attribute besitzen. Sie sind deshalb wohlunterschieden, weil sie einen unterschiedlichen Object-Identifier haben. Und daher benötigen wir auch in der UML, wenn wir objektorientiert modellieren, keine Schlüsselattribute. Natürlich wird die UML auch des Öfteren für den Entwurf einer Datenbank eingesetzt. Und dann brauchen wir natürlich Schlüsselattribute. Damit wir das machen können, benötigen wir eine Erweiterung der UML. UML sieht prinzipiell einen Erweiterungsmechanismus vor. Da gibt es dann sogenannte Stereotypen, die innerhalb von doppelten Spitzklammern angeführt werden. Das heißt, ich definiere eine Erweiterung für ein Schlüsselattribut, indem ich einen Stereotypen, in unserem Fall Key, vor ein normales Attribut setze. Hier habe ich das Beispiel, dass ich vor unser Schlüsselattribut Sozialversicherungsnummer den Stereotypen Key anführe. Grundsätzlich sehen wir auch, dass es sich um eine persistente Klasse handelt. Und um persistente Klassen als solches auszuzeichnen, setze ich auch den Stereotypen Persistent vor den Klassennamen Person. Ein Problem ist, dass der Erweiterungsmechanismus mit Hilfe von Stereotypen durch die UML standardisiert ist. Aber die entworfenen Erweiterungen, hier in unserem Fall mittels Key und Persistent, wurde nicht normiert. Die habe ich individuell nach meinem Gutdünken entworfen. Und jemand anderer könnte eine andere Erweiterung entwerfen. Daher, die Erweiterungen zur Datenmodellierung sind nicht standardisiert. Für die Spezifikation einer Klasse gibt es im Laufe des Entwicklungsprozesses natürlich unterschiedliche Detaillierungsgrade. Am Anfang legt man vielleicht nur fest, welche Klassen ich im System benötige. Da werden wir festhalten, dass wir eine Klasse Courses für die Erfassung von Lehrveranstaltungen brauchen. Erst in einem späteren Schritt legen wir fest, welche Attribute denn diese Klasse Courses haben sollte. Und ich lege dann vielleicht auch noch fest, welche Operationen ich von Courses erwarte. Wiederum, in einem späteren Entwicklungsschritt, setze ich fest, wie die Sichtbarkeiten für die Attribute sein sollen. Und welche Attribute ich vielleicht berechnen könnte. Somit gehen wir von grobgranular zu feingranular. Eine kleine Anmerkung noch, nicht nur, dass die Klassen detaillierter werden, man könnte auch Klassen unterschiedlich visualisieren. Selbst wenn alle Informationen wie hier feingranular bereits vorhanden sind, könnte ich für gewisse Aspekte, gewisse Eigenschaften ausblenden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, ich blende die Attribute und die Operationen aus. Obwohl diese bereits vorhanden sind, habe ich dann in der Anzeige nur den Klassennamen Courses Willings dargestellt. Besondere Anmerkung, ich könnte beispielsweise auch die Attribute ausblenden und die Operationen anzeigen. Dann entsteht natürlich der Eindruck, als wären die Operationen im zweiten Abschnitt. Was nicht der Fall ist, dort sind immer die Attribute, jedoch diese können ausgeblendet sein. Jetzt wissen wir, wie man eine einzelne Klasse notiert. Doch Klassen stehen zueinander in Beziehungen und das wollen wir uns in der Folge ansehen. Beziehungen zu den Klasseen.